Guten Tag, meine lieben Mitmenschen und herzlich willkommen am Freitag, den 10. Februar. Das ist der Gedenktag der Heiligen Scholastica, Schwester des heiligen Benedikt von Nursia, Gründers des Benediktinerordens. Der heilige Papst Gregor der Große hat eine legendarische Lebensbeschreibung dieser heiligen Frau hinterlassen und eine berühmte Episode hat sich ins Gedächtnis der Menschen geschrieben, nämlich kurz vor ihrem Tod hat sie ihren Bruder, wie es ihr Brauch war, einmal im Jahr zu einem geistlichen Gespräch besucht und Benedikt wollte die Sache am Abend zeitig beenden, um seinen eigenen Verpflichtungen oder Überlegungen nachzugehen, aber Scholastica wollte gerne noch mit ihm weitersprechen und da hat sie es bewirkt, dass ein furchtbarer Regen herabkam, der es unmöglich gemacht hat, dass sie das Haus verließ, sodass sie den ganzen Abend und die Nacht über mit ihrem Bruder weitersprechen konnte. Wenige Tage später sah Benedikt ihre Seele zum Himmel fahren, die sich von ihrem Leib getrennt hatte, als sie starb und er legte den Leichnam in das Grab, das er für sich selber bestimmt hatte. Gregor schreibt dazu, sie hatte größere Macht, weil ihre Liebe größer war als die ihres Bruders. Und das stimmt immer. Das ist der Sterbetag meines Vaters, der heute im Jahr 2006 gestorben ist, und das ist der Professstag seiner Mutter, meiner Großmutter, die die letzten 25 Jahre ihres Lebens als Ordensfrau in St. Hildegard in Aibingen gelebt hat. In der beziehungsreichen Geschichte der zweiten Schicht der Schöpfungserzählung, die vom Menschen erzählt, kommt heute, wie aus dem Nichts, mit unerklärter Herkunft die Schlange herangekrochen und macht sich an den Menschen heran. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt gut und böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie an den Schritten hörten, dass sich Gott, der Herr, beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Ja, das ist der Sündenfall, der vielbesprochene und furchtbare. Never complain, never explain heißt angeblich ein Motto des englischen Königshauses, das von Harry und seiner Frau Meghan in dramatischer Weise missachtet wird. Manchmal denkt man sich, wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr euch dran hieltet. Da ist einiger Hochmut drin in diesem Motto, dass die eigenen Dinge rigoros für sich behält und sie nicht ausbreitet und teilt mit anderen. Was man aber aus diesem Motto lernen kann, ist, dass mit dem Bösen nicht verhandelt und nicht parlamentiert, wenn es geht, noch nicht einmal gesprochen wird. Vor allem nicht diskutiert. Und das, wenn man der Eva einen Vorwurf machen möchte, ist der Fehler, den sie gemacht hat. Sie lässt sich auf das von der Schlange kunstreich begonnene Gespräch ein und ist am Anfang noch ganz arglos und referiert einfach das, was sie aufgenommen hat an Grenzziehung durch Gott. Und dann geht es aber weiter. Die Schlange führt das Gespräch eben so listig, dass am Ende das, was Eva sich vorgenommen hatte, nicht standhält. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Gebot ihr äußerlich geblieben ist und sie den tiefen, menschenfreundlichen Grund dieser Abgrenzung nicht wirklich wahrgenommen hat, nicht sich zu eigen machen konnte. Es hat keinen Sinn, dass wir nur äußerlich verboten folgen und geboten, sondern wir müssen ihren Sinn erkennen können. Deshalb, so sehr wir vom bösen Abstand suchen sollen und mit ihm nicht verhandeln, so sehr ist es nötig, dass wir mit Gott selbst, mit Jesus, der durch seinen Geist für uns zugänglich ist, ins Gespräch kommen, damit wir das, was er möchte und er nicht möchte, verstehen und uns zu eigen machen. Gott segne und behüte sie alle. Gott segne und behüte sie alle.